Hallo und einen wunderschönen guten was auch immer. Heute ist mal Oldie-Zeit am C64 und ich zeige euch 1942, 1942, eine Arcade-Umsetzung eines Automaten von Capcom durch Elite Systems, die ja durch die eine oder andere Umsetzung von mehr oder weniger mäßiger oder fragwürdiger Qualität aufgefallen sind. Und so auch hier, das hat nicht den besten Ruf, das Spiel. Mein Problem ist, ich würde es gerne mögen, weil ich das Thema mag und bin auch darüber bereit hinwegzusehen, dass die Grafik nicht so toll ist. Ich mag die Titelmusik sehr gern. Aber was rede ich? Ich fange einfach mal an. Und ich muss auch sagen, damit wir überhaupt ein bisschen was sehen, habe ich beschlossen ein bisschen zu bescheißen. Unendliche Leben habe ich eingestellt und unendlich von diesen Rolls. Ja, wie man sieht, brauche ich die. Oh komm, ey! Na gut, aber es ist, wenn man wirklich unendlich Leben hat, ist es ein bisschen entspannter. So, der Große hier muss weg. So, du musst weg. Die Rolls, die sind ja quasi so eine Art dritte Dimension in einem 2D-Shooter. Man macht dann einen Überschlag und in dem Moment ist man unverwundbar. Leider denke ich da selten dran. Oh, die erste Stufe beendet. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Aber mit Featen geht das ja auch. So, 84% runtergeholt. Und für die Rolls gibt es auch nochmal Punkte, aber daran ändert sich ja nichts. So, weiter geht's. Interessant finde ich in dem Spiel, dass er die Levels umgekehrt runterzählt. Er sagt ja noch 23 bis zum Ende sozusagen. So, bleiben wir lieber mal in der Mitte. Man weiß nämlich nie. Ja, cool. Sowas gelingt mir nicht oft. Ein bisschen aufpassen. Oh nee, das Spiel ist halt wirklich kackenschwer. Das funktioniert auch nur mit Einprägen. Jetzt wollte ich rollen. Ihr habt es vielleicht gehört. Ich habe gedrückt, aber es war zu spät. Eigentlich mache ich das nur, weil ich von dem Spiel mal ein bisschen mehr sehen will. Ich hätte auch noch unverwundbar... Ah, okay, so geht das. Ich hätte noch Unverwundbarkeit machen können. Aber das wäre ja dann zu lächerlich. Oh, komm ey. Oh, so nicht? Oh, wieder her. Okay, wenn er aus der Rolle rauskommt... ...ist auch schlecht. Ah, ich hätte ihn so gern weggehauen. Jetzt kommt da einer von unten. Der schießt auch. Netterweise bleiben die meistens nicht lange. Unerforschtes Terrain. Ich weiß nicht, ob ich das im normalen Spiel jemals erreicht habe. Dritte Stufe. Keine Ahnung. Okay. Hier, ich glaube, das kenne ich jetzt noch gar nicht. So, ein paar könnte ich mal wieder gebrauchen. Aber wo kriege ich denn her? Ah, fast Hättchen gehabt. Weil so ein Dreierschuss ist natürlich besser als ein Zweier. Alles klar. Oh, der hat noch geschossen, bevor ich ihn runtergeholt habe. Wie gemein. Oh, Mensch. Das gibt's doch nicht. Schon wieder genau der gleiche Fehler. Na, lassen wir den mal vorbeiziehen. Uh, das schon wieder. Oh, komm, ey. Das ist wirklich so unfair. Und dieses Thema mit meinem eigenen Flieger andere Flieger abschießen. Es gibt so viel her. Es macht so viel Spaß. Und trotzdem... Oh, Gott. Da war ein Schuss. Ich hab ihn nicht gesehen. Wieder kein Pau. Ich brauch mal wieder ein Pau. Was ist denn los? Ah, der kommt von hinten. Das weißt du doch. Was wir hier brauchen, ist ein Erfolgsermächtnis. Bitte. Jetzt kommt was von hinten. Ne? Genau. Und der schießt auch. Oh. Na gut. Das ist... Anscheinend ist so einer immer der Endboss. Ah, Gott. Gehen wir mal weiter. Boah. Das war knapp. Ich brauch einen Pau. Gib mir doch mal wieder einen Pau. Hat nicht gereicht. Das ist doof. Eigentlich ist es irgendwie immer selber, ne? Nur... Drückt doch die Roll-Taste. Denkt doch mal dran. Das kann doch schwer sein. Ja, geht doch. Und nun? Oh, schon wieder. Man kann das bestimmt bestehen, wenn man sich das alles einprägt. Aber das ist, glaube ich, ist wirklich schwer. Also da muss man den ganzen Tag nichts anderes machen. Und dafür hab... Äh. Dafür hab ich keine Zeit. Die Landschaft hat sich geändert. Wer sagt's denn? Oh, neue Flieger. Ah. Ah. Nicht aufgepasst. Ey, die schießen gezielt. Ah. 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 Scheiß auf die Shoot-Down-Rate. Ich will eigentlich nur durch. Ich will nur sehen, was gibt. Sound-Effekte sind auch eher bescheiden. Oh, nee. Toll. Und dann darf ich da wieder anfangen? Naja. So. So. Jetzt kommen wir wieder von hier. Wenigstens einmal runterholen. Aber mit dem Schuss ist das ein Schad, nicht zu machen. Ah. Kerl. Na. Nicht Space. Feuer. Feuer. Ey, sag mal. Hallo. Ich denke nicht dran, dass da wieder einer kommt. Dann eben nicht. So. Du hörst auf, auf mich zu schießen. Ja. Das war doch eben schon mal. Was hätt ich ihn gehabt. Naja. Mit dem Schuss wird das nix. Merke ich gerade. Ey. Es gibt halt auch kein Muster, so irgendwie. Wir schießen mal so. Mal so. So kommt mir das jedenfalls vor. Jawoll. Da, siehst du? Mal ziel da, mal... Ach, was weiß ich. Ist mir egal. Dann halte ich mich lieber fern. Besser ist das. Oh, ey. Der war schon noch nicht mehr im Bild. Das ist so fies. Kattenspiel ist das. Und jetzt stelle ich mir noch vor, wie schwer das ist, wenn man nur drei Leben hat. Kann ja wohl nicht. Nicht gereicht. Achtung. Ne, doch nicht. Diesmal nicht. Okay. Wäre noch schöner. Hui. Schon dann keinen Paum mehr gehabt. Woher soll ich denn das wissen, hm? Ja, schieß ruhig auf mich. Ist okay. Ist okay. Ey. Jetzt langt's aber mal. Der schießt jetzt nur gerade nach hinten. Ey. Das ist nur Fail-Compilation, das Spiel. Wie? Immer schon in der Mitte bleiben. Man weiß ja nie, was man erwartet. Halt! Wieso geht mir so... Ach, ich kann gar nicht so hoch. Echt? Ich kann gar nicht so weit hoch? Ich hab gar nicht gemerkt. Der ist ganz schön ätzend hier. Okay, wenn die kommen, sind's meistens dreieinhalb Wellen. Das ähneln sich schon alles irgendwie. Oh, nee! Aber man weiß halt nie, wann was kommt. Wenn man sich's nicht wirklich brutal einprägt. Drei. Drei. Oh, der hat geschossen! Vorhin zum Beispiel nicht. Was? Hey! Es ist krackengemein. So, was war hier? Genau. Hör auf, auf mich zu schießen. Geh lieber weg. Oh, gut. Noch 18. Seid ihr noch da? Wie viel Zeit habt ihr? Kein Pau. Ich brauch einen Pau. Oh, yo! Ey! Das ist doch mal was Neues. Endlich mal was Cooles. Hoffentlich verliere ich das nicht gleich wieder. Nicht so schlecht. Damit kann man arbeiten. Na toll. Oh, nur. Ach ja, richtig. Nicht ganz gelangt. Gott, hey! Da kommt immer mal ein Schuss. Dann kommt mal wieder keine. Das ist total unberechenbar. Das ist total unberechenbar. Was? Das ist total unberechenbar. Okay. Weiter geht's. Aber so hat der Pau nichts bewirkt. Oh, die Formationen ändern sich zur Abwechslung mal. Ja, grüne Flieger auf grünem Hintergrund. Grüne Flieger auf grünem Hintergrund. Muss man erstmal dran denken. Hey, komm jetzt, ey. Wieso krieg ich keinen Dreierschuss mehr? Ist ja doof. Oh, jetzt schießen die wieder irgendwie verrückt. Immer drückend, Leertaste. Warum denn eigentlich? Denk doch mal ein bisschen dran, dass da hinten auch jemand kommt. Oh, Mann, ey. Da, schon wieder! Ich hab doch... Ich bin doch extra noch zur Seite gegangen. Das hat aber nicht gelangt. deprimierend teilweise. Ich... Das war nur aber... Da, schon wieder... Ich bin doch nicht gelangt. 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 Okay. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich diese Rolls jetzt dringend gebrauchen kann. Was hat denn der da für Schüsse? Das sind... Oh, nee. Wie gemein. Die Schüsse gehen direkt auf mich zu. Alle. Das ist ja echt ätzend. So, jetzt kommen wieder die, die auf mich zu. So, jetzt wollen wir mal... Überlegen, was unsere Taktik hier sein soll. Wie soll man denn das machen? Gibt's doch nicht. Ey, du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Ne, wie denn? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Hast du mal so einen Endboss? Ja. Hast du mal einen Endboss? Das ist so kacke gemacht. Muss ich jetzt echt mit Unverwundbarkeit spielen? Nur damit ich das mal sehe? Ich finde das deprimierend. Ja, toll. Ich habe ja keine Möglichkeit, den Schüssen auszuweichen. Watch me fail. Hm. Das Problem ist, der deckt mich mit so vielen Schüssen ein. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, da auszuweichen. Ich kann auch mit den Rolesnicks machen. Begreife ich nicht. Oh Mann, ey. Also, wisst ihr was? So langsam? Ne. Ich verliere gerade so ein bisschen die Lust. Ja, weil wie soll man diesen Endgegner denn? Wie soll man diesen Boss packen? Der deckt einen dermaßen mit Bullets ein. Da geht gar nichts. Gibt es da einen Trick? Ne, wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Ja. 1942 von Elite Systems mit Recht hat es keinen guten Ruf. Das geht mir auf den Sack. Ja. Jetzt habe ich schon einen Cheat eingestellt, weil ich einfach mal ein bisschen sehen wollte, wie weit es geht. Ich hätte das vielleicht sogar in einer annehmbaren Zeit bis zum Ende spielen können. Aber beim ersten Boss bleibe ich so hängen und der deckt einen so mit Schüssen ein. Es gibt gar keine Möglichkeit auszuweichen. Ja, also. Ich bitte euch, wenn ihr wisst, wie das geht. Es muss ja irgendwie gehen. Irgendeinen Weg gibt es bestimmt, aber ich sehe ihn nicht. Schreibt mir das bitte in die Kommentare und ich probiere es auch nochmal. Ich will das unbedingt wissen. Ja. Und ich habe eigentlich keine Lust, jetzt noch einen Unverwundbarkeits-Cheat einzuschalten, weil das ist ja dann total doof. Ja, dann macht es ja gar keinen Sinn mehr. Egal. Ja. Solche Tage, solche Videos gibt es auch mal. Ich danke euch trotzdem fürs Zusehen. Ich konnte euch vielleicht ein bisschen amüsieren. Und bis zum nächsten Video bleibe ich, euer Alex. Und ihr seid die Geilsten. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.